Kleine Warnung, Gwen. Drinnen mit dem Netz zu schwingen ist was anderes als draußen. Also halt dich fest, dann sind wir bald bei mir. Peter, mir geht's gut. Gwen, du warst fast tot. Du brauchst... Wir haben keine Zeit. Wir müssen erst einiges in Ordnung bringen. Du meinst zwischen uns? Nein, Pete. Du hast genug zu tun. Und es weiß immer noch niemand, was hier wirklich passiert ist. Alle glauben, du bist der Böse. Wie oft werden wir uns wohl noch trennen? Ich kenne bei der Polizei ein paar Freunde meines Vaters. Sie werden mir zuhören. Versprich mir nur eins. Wenn du dich... Pete, es geht mir gut. Dank dir. Jetzt geh. Ich muss zurück nach Hause und Connors die gute Nachricht bringen. Eine kurze Dusche würde auch nicht schaden. Und damit Hallo und... Herzlich. Willkommen. So, und so. Let's play the amazing... Spider-Man. Wir haben gerade hier einen wichtigen Notrufanschein reinbekommen. Aber erstmal natürlich gechillt im Telefon gucken. Äh, ich soll eigentlich nach Hause, aber das wird mir angezeigt. Hier gibt es ganz viele Sachen, die ich irgendwie gar nicht machen will. So. Aber wir gucken erstmal. Bist du die Arschpinne, die sich mit mystischem Zeug auskennt? Und ich frage nur, weil ich mal was ganz anderes habe als das, um was ich dich bisher gebeten habe. Einige Objekte in der Nähe eines Fiest-Bürgerzentrums sind zu Schatten geworden. Wie Foto-Negative ihrer selbst. Und es gibt auch eine Art kryptischer Signur. Signur. Signatur natürlich. Vermutlich von der Person hinterlassen, die das getan hat. Von den Anwohnern hier behaupten einige, er wäre ein Wächter. Andere halten ihn für einen weiteren Spieler in der kriminellen Unterwelt unterwählt. Lesen ist schwer. Mehr habe ich sonst nicht. Sieh dir das mal an bitte. Ich weiß nicht, ob er sich Zeit gelassen hat, aber da ist eine Bank, die annehmen lässt. Er hatte es nicht eilig. Schätze, die Telefonzellen können die Tatsachen nicht verbergen, dass er Kräfte hat. Da gibst du mir sicher recht. Und er hat eine Art Signatur hinterlassen. Mach davon bitte auch ein Foto. Mal gucken. Ich mache mal jetzt noch hier. Oh, mein Kampfboost. Kampfwut? Was ist denn Kampfwut? Kampfwut hört sich gut an. Blockierende Gegner sind verwundbar, wenn du eine Combo-Boost-Serie schaffst. Okay, das ist ja auch nicht schlecht. Aber dann mache ich lieber das hier erstmal, muss ich sagen. Weil dann brauche ich nicht so viel. So, und dann habe ich natürlich noch schnell. Zack. Äh. What the fuck? So viele Punkte habe ich? Oh, nein, 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 nein. Dann kaufe ich mir den Netz-Arkan, den ich so gut wie gar nicht mehr benutzt habe. Und ich kaufe mir das. Habe noch 370 Punkte und das war's. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir müssen da ganz am Ende hin. Hier habe ich noch ein bisschen was zu tun. Das sind neue Sachen. Aber ich will hier Story-mäßig gucken, wie es weitergeht. Manu. Das ist echt hier. Ne, das zeige ich euch. Ach, drauf geschissen. Ich mache jetzt das hier. Hätte ich mir gar nicht markieren brauchen, aber egal. Wie spät ist es, Spider-Man. Zeit zum loslegen. Genau. Ich habe eine neue geheime Einrichtung gefunden. Bin ich die beste Reporterin des Planeten, oder was? Du musst nicht antworten. Ach ja, gern geschehen. Ja, danke, Miss Chang. Ich hole mir ein Upgrade. Ich hoffe nur, ich kriege keine Einschussloch-Belüftung. Ja, wobei, das wäre schon nicht... Oh, das ist nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil im Grunde ist ja auch Updates für den Spider-Man, ne? Aber was ist das hier nochmal? Ach, komm. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt mache ich diese grünen Dinger, weil irgendwie interessiert mich gerade, was das ist. Upgrades sind ja nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. Ey, geh weg. Bloß in Ruhe. Blödes Ding. Dingsbums. Ja. Nein. Oh, wie man einfach nicht lenken kann, wenn man hier schwebt. Das ist unglaublich. So, zack. Nochmal. Fantastisch. Klettern wir einfach hoch. Macht auch nichts. Ich brauche noch mehr Komix. Diese Hunde müssen zurück in den Zwinger. So. Ich weiß, eigentlich könnten... Hier sind noch ganz viele Leute, die man retten kann. Und ich glaube, die addieren sich einfach dann dazu bei den, ne? Das ist schon krass eigentlich. Also, man hätte in dem Sinne schon echt mega, mega, mega mäßig viel zu tun. Aber, äh, nö. Einfach mal, nö. So, wo ist hier die Kanalisation? Die Kanalisation ist da. Da geht man natürlich durch eine Tür rein. Ups. Bin ich ja mal gespannt, was wir im Wasserwerk hier zu vorführen. Genau. Wir reißen die Tür raus. Und weg sind wir. Nicht das Wasser trinken. Es ist vergiftet. Alles. Die Quelle dieser biologischen Katastrophe scheint im Wasserwerk zu liegen. Aha. Bedeutet, wir werden dem mal ein bisschen auf den Grund gehen? Ne. Ich muss starten. Will ich das kaputt machen? Nein. Schade. So, alles klar, dann. Wollen wir mal. Also gesehen, haben wir diese Popel-Area ja schon zur Genüge. Wie viele das hier einfach nur geben muss. Hallo. Hallo. Ich sollte diese Pumpe reparieren. Aber alles ging aus. Und da ist ein Riesenmonster in der... Au. Wir sehen uns wieder. Es ist eine Weile her seit einem Ausbruch. Was für eine Sprache trürst du? Russisch? Toll. Knallt mich gegen eine Wand und haut ab. Was ist das für ein Arsch? Gott sei Dank. Du lebst. Ich brauche dich hier. Ich bin hier. Wo ist denn hier? Hier hilft mir jetzt nicht sonderlich viel weiter, mein Freund. Ich muss erst mal gucken, wo ich hier lang muss. Da anscheinend nicht. Da anscheinend auch nicht. Dann... Können wir hier lang. Er ist ja schließlich auch hier. Da ist er aber auch nicht. Aber hier ist noch irgendwas. Vielleicht da oben. Guck mal, vielleicht sehe ich hier. Achso. Und, was ist das Problem hier? Kannst du die Hauptpumpenstation suchen? Von da aus kannst du das giftige Zeug wegspülen. Sehe ich aus wie ein Klempner? Ähm, es ist nur... Ich habe keine Kraft, weißt du. Und... Nur ein Witz. Wo muss ich hin? Es ist einer dieser Tunnel lang. Okay. Bin unterwegs. Alles klar. Irgendeiner dieser Tunnel. Das ist natürlich jetzt total... Speziell auch... Speziell auch, ne? Also... Das kann ich ja jetzt gar nicht mehr verfehlen. Dann kann man das eigentlich nie. Aber ich kann mich ja hinstellen. Kann ich das hier eigentlich so... Ja, ja. Ich bin ja schon dabei. So. Ein weiteres Foto gemacht. Äh... Da. Und da. Nein. Das war jetzt was anderes. Oh, ich muss weg. Das war was anderes. So, da ist... Das war hier nicht noch. Und hier war da... Und da... Hab da. Und durch. Ach, guck mal. Hier gibt es auch wieder die Gegner. Die ist viel... Ich habe Spiezenklasse. Hier sind aber einige am Start. Scheiße, die Wand an. Ich würde gern... Das ist auch einer. Mal kurz gucken. Da sind aber auch ganz viele. Ah. Im Grunde kann ich mich doch auch an denen vorbei... ...schleichen. Die sehen mich ja eh nicht. La, 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 la. Wie komme ich an die Pumpe hinter dem giftigen Wasserfall ran? Hier ist ein giftiger Wasserfall? Wo ist denn hier ein giftiger Wasserfall? Wo wird ein Spider-Man denn schon wieder gesehen? Flip's raus. Ich würde auch gern wissen, wo ist hier ein giftiger Wasserfall? Moment. Der ist ganz alleine. Den schnappen wir uns jetzt. So. Ich könnte mal jetzt hier runter gehen. Ey, ich bin doch noch gar nicht drin. Meine Güte, ey. Bleib doch mal geschmeidisch, Börscher. Boah. Das ist gut, ne? Aber läuft der schon, läuft der schon. Oh, oh. Geh weg. Verdammt, sie haben mich alle gesehen. Das ist natürlich uncool, dass sie mich gesehen haben. Vor allem, die sind auch voll krass drauf, die Purschen. Ich bin tot. Dann muss ich ja direkt mal husten. Und dann schieben die mich auch noch mit meiner Leiche weg. Das ist irgendwie nicht so einfach, weil irgendwie ist das komisch. Ich glaube, das wird auch länger als, äh, also. Ich hätte nicht noch mehr unterbringen können, leider. So, ich bin weg. Jetzt ist natürlich die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Geht's da hinten weiter? Nö, das sieht mir nicht danach aus. Also gehen wir mal hier lang. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal sagen, wenn's geht, dann lasse ich die alle hinter mir. Ich könnte sie natürlich alle besiegen, aber... Wozu ist die Frage? Die werden ja sowieso irgendwann alle... Ah, weg. Okay, jetzt hab ich ein Problem, weil jetzt muss ich die besiegen, weil sonst komm ich da nicht durch. So. Oh, am schlimmsten sind diese ekelhaften Kackspucker. Und ich bin schon wieder tot. Ey, das gibt's nicht. Die treffen mich zwei, drei Mal und ich bin weg vom Fenster. Das kann doch nicht sein, was ist denn hier los mit dem Scheiß. Ein bisschen nervig gerade. Meine Fresse, du. Es scheint mir, als ob die stärker geworden sind, die Burschen. Schnell wieder hoch. So. So, dann gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir hier hoch. Ich versuche mich mal einfach durchzuziehen. Müssen wir an und für sich funktionieren. Ja. Zieh dich weg. Zieh dich weg. So. Ich hoffe mal, jetzt wissen die nicht mehr, wo ich bin. Jetzt sind sie total verwirrt. So. Na gut. Na schön, du willst es nicht anders. Wir machen es so. Boah, ich bin doch runtergesprungen. Ich verstehe das manchmal nicht, weißt du. Nein, ich wollte doch... Nein. Ach, mach doch mal diesen scheiß Orkan hier. Geht doch. Wenigstens ein bisschen, ey. Das ist ja unglaublich. Wie die einen immer auf die Fresse geben, weißt du. Alter. Ich hasse das, dass sie auch meine Angriffe einfach unterbrechen können. Das finde ich nicht in Ordnung, was. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Musste mal gesagt werden. So, und jetzt du noch. Und dann haben wir es, glaube ich. Hoffe ich. Na, sieht gut aus. Äh. Okay. Moment. Hä? Hat dich das Ding schon fotografiert? Scheint so. Na gut. Nimm mal den Kack auch noch suchen, ey. Da kriegst du doch echt. So. Äh. Ja. Äh. Okay. Ist äußerst interessant. So, hier war ich ja gerade auch schon. Das ist, das ist. Der Weg bringt mir ja mal null. Wie es scheint. Oh, das ist vielleicht nicht so klar. Ach nein, weißt du was? Ich bin weg, weil wenn die mich jetzt wieder kaputt machen, muss ich einfach von vorne anfangen. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich habe aber das Gefühl, das ist eine Sackgasse gewesen. Okay. Heißt, ich darf wieder zurück? Was ist das eigentlich hier? Äh. Wir haben hier einen Comic. Okay. Na, dafür lohnt es sich doch. Ich weiß gar nicht. Habe ich jetzt auch Gegner? Das ist natürlich das Problem, wenn man das nicht mehr weiß. Äh. Ah. Und es muss dieser Weg hier sein? Das ist der einzige. In dem Raum hinter mir ist ein Ventil. Wenn man es öffnet, können wir das Zeug wegspülen. Versuch den Tunnel unter uns. Äh. Ist klar. Okay. Ah. Ast rein, mein Freund. Ast rein. Ähm. Du, wie soll ich den Tunnel unter uns probieren? Der geht gar nicht auf. Hm. Ich glaube, der möchte mich verarschen, der Burscher. Oder meint er den hier? Und das kann natürlich auch sein. Schön im stinken im Wasser. Hm. Ist das schmacko fatzig. Warte mal. Da ist noch ein Ostkorb-Logo. Nehmen wir mal mit, ne? Ich bin ein Genie. Ja. Du bist ein Genie, genau. So. Um das Ding zu holen, müsste ich theoretisch... Aber kann ich den zufällig so ausschalten? Ah. Aber nicht beide gleichzeitig. Na gut. Dann scheiß auf das Comic. Das ist mir jetzt zu stressig. Ne? So. Zieh, Spider-Man. Ja, dann habe ich doch hier weggespült. Das ist doch alles jetzt... Oder? Nein, wahrscheinlich geht es noch weiter. Natürlich. Ach, den Strom natürlich auch mal. So, komm schon. Na, komm. Ach, da kommt er nicht. So. Zack. Da oben ist noch ein Comic. Das nehmen wir mit. Ja, immer mit. Ja, wohl, Spider-Man. Wir machen das schon. Ja, das frage ich mich auch immer. Immer. Ständig. Ich würde mal behaupten, wir werden jetzt kämpfen dürfen. Müssen. So, Strom ist wieder an. Hallo. Hi. Aua. So geht das nicht. Boah, scheiße. Ich muss... So sieht es nämlich aus. Ich glaube, das macht irgendwie nichts aus. Ja, aber ich weiß noch nicht wie. Strom. Okay, warte mal. Strom. Strom ist doch aber bestimmt eine gute Sache. Das interessiert irgendwie auch nicht. Na gut. Warum? Oh Mann, du bist so behindert. Da stand was gerade mit den komischen Stromkabeln. Die wollte ich eigentlich haben. Da stand was mit den Stromkabeln. Warum werden die mich mal angezeigt? Das ist voll dumm. Irgendwas muss ich mit denen hier machen. Oh. Was ist denn was? Jetzt habe ich natürlich nicht zugehört. Was hier was ist. Da war wieder irgendwas mit den Stromdingern. Da weiß ich nicht was. Ah. Ähm. Ja. Nein. Ich glaube, das war nicht gemeint gerade. Irgendwas soll ich mit... Okay, ich soll die verbinden. Alles klar. Ja, ich weiche mal aus. Ich weiß nicht genau, was ich da verbinden soll. Irgendwie macht er nichts mit RB. So, wir probieren das jetzt mal eben. Ah, jetzt. Netzi! Okay, das war jetzt voll der Netzi. Bleib mich im Arsch. So. Okay. Ich glaube, der ist böse jetzt. Oh Mann, das war jetzt zu spät. Scheiße. That was too late. So, war das schnell? Da. Ach komm, ey. Das war doch schon fertig, du Arschkrampe. Kackstängel, du. So. Das ist auch ein bisschen dumm gemacht, weil... Du musst genau die Mitte treffen davon. Das geht jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen dämlich, weil... Wie soll ich das denn so schnell machen, ey? Wenn ich in dem richtigen Moment hab, weißt du... Komm her, ich tu mich. Na, komm. Netzi. Da wird jemand viel Spaß nachzahlen müssen. Das ist gut gegen Pinkel. Halt still. Echt? Cool. Okay, äh, sieht so aus, ob ich das noch ein paar Mal machen müsste. Ich bin jetzt falsch. Scheiße. Ach, guck mal, schon wieder macht er so einen Rotz, ey. Das ist so dumm. Das ist irgendwie so ein bisschen steuerungstechnisch blöd gemacht. Du musst genau die verkackte Mitte treffen. Und es funktioniert das nicht. Das ist total dämlich. Ohne Spaß. So. Ach, das wird nix. Also manchmal ist der Spider-Man ja doch ein bisschen blöd. Das müssen wir einfach mal wieder anfangen. Boah, jetzt geht mir doch... Äh, geht mir doch die verkackte Mitte, ey. Ach, jetzt macht er wieder den Scheiß. Alter, manchmal verarscht er mich echt, weißt du. Manchmal verarscht er mich einfach nur. Dieser Spider-Man. So. Komm her. Dass ich... Dass es jetzt nicht einfach funktioniert, ich verstehe das nicht. So. Und zum Glück sind die Spinnennetze auch stromleitend. Das ist super. Hallo. Wiedersehen. Aua. Wo soll ich denn kommen? Ich kann jetzt kommen, wohin denn? Das war nur die Frage. Ja, einfach mal hier runter. Ich denke mal, ich muss jetzt zurück, oder? Ach, da ist er. Guck mal. Hallo. Hallo. Das war knapp. Tja, ich schätze, ich verdiene den Jahresurlaub, den sie mir versprochen haben, wenn ich das hier erledige. Können wir wohl halbe-halbe machen? Ich hab geholfen, oder? Soweit ich weiß, ist das, was hier passiert, Tagesgeschäft für dich, oder? Du solltest irgendeine Heldengewerkschaft um eine Pause bitten. Gibt es so etwas? Ja. Nein. Nicht wirklich. Naja, da haben wir das mal gemacht. Ich werde das andere auch noch machen in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, das kann man durchaus so sagen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute. Nur Luxemalo 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 Bis zum nächsten Mal.